so was gehabt leute so gesehen so willkommen zu einem kommentar hier im hintergrund setzte ein krasses gameplay einer meiner besten gameplays im black house 2 man habe mir da rausgepackt hier aus meiner festplatte her ich habe irgendwie 200 gb gameplays alles so richtig krass aber ja bis kurz rauskommt werde ich sicher nicht alles schaffen ich wollte eigentlich mehr gameplays bringen aber ja ist das schwierig man upload und so ja also noch mal zum gameplay es ist ein 141 zu 0 auf der playstation er spielt ja mit der an das war glaube ich vor drei oder vier monaten er spielt deswegen habe ich dann noch ein gespielt aber jetzt wie ich muss gar man hier will es gar habe beste waffe die beste waffe ist und ja ein mitschaft und schalldämpfer halt normal schafft schalldämpfer plünderer hat einer artliner was hat sich dabei noch mal warten hat leider kugelsicher gewäscht plünderer und glaube ich gewandt oder extrem sind bin mir nicht sicher und die streaks waren halt rb hunde swarm die es war mit abnummer eskaliert ich habe echt noch nie ist man so eskaliert die runde hat echt perfekt gepasst aber das problem war m4 frau genommen ich hätte locker 200 plus oder so geschafft aber ja kann man gemacht in zweiter werden natürlich kapiert sich beide wachen sei bock dann und sie mit trocken was los ist wir haben zwei bock dann und richtig geil und sie vier davon natürlich nicht fehlen und ja boden geführt es hat einfach geht auf mann der in der ersten und das glaube ich 80 zu null oder so in der zweiten und habe ich nicht so viel kiss gemacht weil alle rausgegangen sind und dann hat bin ich so um die map gelaufen wie so ein behinderter und habe einen gefunden das war so richtig unnötig man aber ja kann man nichts machen man aber trotzdem begegnet man eigentlich waren die typen haben mich immer probiert zu töten sowieso hunde wollten die auf mich los gemacht richtige wichser man wollten einfach nur mich töten man es ging mir gar nicht man ich hatte auch kein zähigkeit zähigkeit bringt nichts mehr in dem game ich weiß nicht was los ist weil der ghost gleich bevor steht hier spiel ich eigentlich nur mach nur kacke in dem schweb ich gehe gar nicht so richtig auf gameplay weil was willst du in dem spiel noch zeigen ganz ehrlich ok solo gameplays 200 plus und so habe ich habe jetzt 143 ich habe ich probiere das paar leuten schicken dass ich ein bisschen mehr abonnenten kriege weil ein bisschen mehr abonnenten kriegen dass ich dann mehr spaß an youtube habe und ich habe jetzt noch immer spaß aber trotzdem so paar kommentare paar likes man das ist schon mir reicht meine abonnenten und ich seid echt coole abonnenten und soja laber schon wieder nur bullshit wenn man nichts einfällt zum labern aber er kann man nichts machen ja und wenn wir ein bisschen mehr abonnenten haben dass ich halt mehr kommentare kriegt und ja bei ghost wird sicher richtig losgehen mit youtube ich will probieren fast jedes mal so zwei bis drei tage wieder zu bringen ich bringe jetzt drei tage das video keine ahnung meine leitung steht noch nicht fest irgendwas probleme da und so keine ahnung muss man noch schauen was dann los ist mit der leitung und ja eigentlich ja wenn ich die leitung habe wird sicher abgehen mit den videos und wird sicher live streamen für euch aber jetzt geht er mal gar nicht mit meiner 8k bis 9k leitung kommt auf das wetter an draußen wenn es sobald regnet also habe ich 8 bis 8,5k oder 8k wir zahlen 5 euro dazu für 1k mann aber das ist voll behindert man das ist nicht normal wie scheiße das ist die leitung geht er nicht voll ab in dem game war die leitung bombe das ist so immer killen würde ich war ja nicht mal haus wie soll ich im boden eigentlich haus werden mit 8k gt ich mache aber manchmal bin ich richtig voraus den dingen das ist richtig komisch man das ist voll krass ja leitung 24 schütze deutsch schütze gegen die deute dauerne und hat sich dann natürlich nicht 200 april der rase liefst du mann der rase lief ich werde nicht auch dritte wet nachmachen aber ist auch egal man die rede wieder windwasser weil sie versorgen mit weiter ich kann wieder kommentaris machen halt ich werde hier durch die die wasser los und was ich mir noch holen wollte ist ein mikrofon das t-bone irgendwas hat mir ein typ gesagt in der face smoky man groß noch mal wenn der kill wenn du den kennt man der recht cool videos richtig lustige videos könnt ihr mal bei ihm vorbeischauen einfach smoky x smoky und dasselbe was ich am anfang gesagt voll korrekte typ und ja nutzt die videos geht mal schaust mir bei ihm vorbei fährt durch ihn auch in der beschreibung muss mal gucken wie ich bock habe weil ich nehme immer die videos hier im vorwärts auf und lasse dann über die nacht hoch und dann gebe ich morgen oder so schreibe ich da immer beschreibung sein und so wie fährt vergesse ich bin da hin aber ist auch egal und ja was noch sagen wollte ich mache fährt bald ein clan auf mit meinem bro wir werden dann ein paar leute rein und bei gute leute und ja ihr könnt wenn ich den klar noch mal kennt ihr bei mir bewerben natürlich einfach bei mir reden über xbox oder ps3 der klar wird glaube ich auf beiden konsolen verfügbar sein fährt sogar auf dem pc das ist auch so apokalypte bin weiß ne was wir seit einfach so ein chilligen klar mit ein paar leuten ich mache ihn auch auf dem pc aber ich habe auch pc black muss mal gucken wie es bockt weil bei ghost wird sich ein klang geben von mir aber ich weiß nicht wann aber es wird sich einen geben aber dann ich weiß nicht wie ich ihn nenne könnte man vorschläge da unten reintun weil ich weiß nicht was mein bruder ist auch nichts eingefallen zu dem klar wie wir nennen sollen kann dann irgendwas cooles was niemand hat oder so ich habe mein bruder natürlich klaren leder wenn der klang steht und viele mitglieder sind wenn wir ein paar kohle wiederholen das wird sich erlaufen ich will ihn nicht so machen wie apokalypte weil der klang keine ahnung mir gefällt der klar nicht aber ist egal was soll noch der go steht ja bald bevor hier noch zwei wochen oder so ich bestelle es mir am montag bis dienstag vor dann geht es richtig ab man da werden wir das spiel sich richtig suchten ich bestelle es mir auf xbox vor fährt dann noch mal vor pc wie es einfach bockt und wie ich will also muss mal gucken geld zur verfügung steht und so wenn wenn echt mit das spiel geil wird auf der xbox mit dem play wenn es scheiße wird dann bleibe ich bei der xbox und ja dann zock ich halt fährt irgendwann mal black ops 2 aber das spiel ist halt nicht das spiel ist schon gut es ist echt gut wenn die leitung stimmt stimmt und wenn die gegner richtig so mittelmäßig wie schlecht sind dann geht es wenn du so gegen ligameister spielst du hast keine chance gegen sie wenn ich das jeden tag spielen zum beispiel ich will hier nicht angeben oder so aber ich stehe in jeder pläsy lobby bin ich bin ich bin in der pläsy jetzt wöchentlich wieder diese woche aber wird hier bald ändern bin ich bin ich platz zwölf oder platz sechs so sechs bis zwölf ist halt ein bisschen verschieden ich gerne die dashboard also das bock gar nicht zu ersparen weil keine ahnung ich finde es lächerlich klar gehe ich manchmal so wenn mach halt manchmal einfach so die pläsy aus wenn ich kein bock mehr auf das spiel das ist ja normal aber sonst ja und das game ist ja vorbei ich habe es schon geschafft durch zu kommentieren und ja am ende kommen richtig lustige erzählen wo die typen da oben eine nachricht geschrieben kann ich mit dir kann ich kann zu mir ein paar tipps geben und so richtig das ding ich lasse ich das noch da 100 141 zu 0 auf wait 8000er score und jo schossen leute wir sehen uns jungen leiten abonnieren favorisieren und so alles was geht natürlich jo schossen leute was sie ist da mal bis dann Vielen Dank.